So, einen wunderschönen guten Tag, live aufgezeichnet aus unserer wunderschönen Filiale hier in Sedelsberg am Seaport Saarthaland. So, Leute, langsam aber sicher wird es, man mag es kaum glauben, wird es aber Zeit, dass wir uns so schuhtechnisch einstellen auf die kalte Jahreszeit auf Herbst, Winter. Ich mag überhaupt gar nicht daran denken und jetzt werden wir mal so ein bisschen, wir sagen ja sonst immer, das und das ist bei der Messe und das wird bestellt und jetzt zeigen wir mal so ein bisschen, was jetzt auch wirklich auch tatsächlich angekommen ist und angekommen ist auch der Opa, hallo Kai. Hallo, schön, dass du immer auf die kleine Falte hier vorne kommst. Die ist gar nicht so klein. So, und wie man sieht, unser Opa, der ist jetzt gerade hier auch schon bei Romonte und schaut sich, so Kai, das sieht ja hier vorne alles super, super, super winterlich aus. Ja, ganz genau. Mit Sandalen und luftige Sachen, also sehr winterlich. Mir wird es schon richtig kalt bei der super tollen Schuhplus-Winter-Kollektion. Ja, ja, du musst das so sehen, Georg. Du musst das so sehen, Georg. Der Winter wird heiß. Der Winter wird so heiß wie ein Vulkan. Ah, ha, ha, ha. So, aber nichtsdestotrotz, es gibt natürlich auch richtig coole Schuhe für den Winter. Da hat sich Romonte was ganz Tolles zum Beispiel einfallen lassen, auch das hier, ein super cooler angesagter Damen-Sneaker, auch wieder zum Reinschlüpfen. Besonders cool finde ich hier auch mal diese gesprenkelte Sohle, ist einfach mal ein bisschen was anderes. Kannst du nicht mal was zeigen, was wirklich warm ist, was wirklich Winter ist? Du zeigst dir, dann können ich auch im Sommer tragen. Ja, aber das ist ja aus der aktuellen Winter-Kollektion. Guck mal hier, ganz klassisch eine schicke Stiefelette haben wir hier. Auch sehr schick übrigens und praktisch, auch mit dem Reißverschluss bequem einzusteigen. Gibt es auch was mit wärmendem Fell? Ja, hier. Achso, da ist ein Warmfutter drin. Das ist also auch wirklich praktisch. Mensch, da kann ich ja nicht mal rummekeln. So kalte Füße. Kann ich ja nicht. Das ist was, ich bin ja auch eher so ein Typ so im Winter. Ich habe ja auch echt immer kalte Füße, ne? Muss man ja wirklich sagen. So, Kai, zeig mal, warte noch schönes Satz. Wo bist du überhaupt? Oh Gott, nein. Das ist nicht so, daran, weil ich so komisch rückwärtslaufe. Da kriegt man das gar nicht alles mit. Kai, wo bist du denn jetzt hier schon wieder? Hier bin ich. Da, so, nur aber. Aber auch da gibt es natürlich super angesagte, schicke Farben in so einem Gelb. Auch hier mit dem Warmenfutter innen drin. Und natürlich ganz bequem immer mit Reißverschluss zum Ein- und Aussteigen. Super tolle Sachen. Und natürlich auch ganz klassisch die Chelsea Boots. Finde ich auch sehr schick hier mit dem Muster. Finde ich toll. Also macht richtig Laune. So, wer da so nichts findet, selber schuld. Das soll es auch kurz gewesen sein. Ein kleiner Einblick von unserer wunderschönen Auszeit, die wir bei ReMonte haben. Bis dann.